Jo Leute, was geht? Das erste Mal Pokémon Reborn. Ich habe keine Ahnung vom Game. Schauen wir mal an. Wurde wohl mit dem RPG Maker gemacht. Ich bin extrem gespannt. Jetzt gehen wir mal rein in die Olga. Muss ich mit der Maus immer drauf bleiben? Ne, ich dachte schon. Also ist das komplett auf Englisch, Billia. Ich bin keiner, der durch vorliest. Also ich bin hier der Speedloon, das wisst ihr ja. Alter, wie geil! Wen sollen wir nehmen? Ist auf Englisch? Ist egal. Ich kenne mich auch mit Englisch aus. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, ich kann es euch erklären. Der Erklärloser am Start. Wen nehmen wir? Ich habe irgendwie Bock auf die. All aboard to Reborn City. To Reborn City. Wen sollen wir nehmen? Komm, Leute. Vom Sprite her ist der natürlich ganz geil, ne? Die Blonde passt. Your Name. Non-Binary. Aber das ist doch ein Female Charakter. Wie kann man den am Male machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich finde das Setting geil. Hört ihr das? Wie ist der Ton eigentlich? Der Ton ist gut, ne? Aber das ist... Ich habe das auf dem ganzen Bildschirm. Wieso habt ihr das nur da so klein? Sekunde. Ich muss mal gerade nochmal gucken, wie klein das ist. Ich habe gar nicht im Stream drauf geachtet. Das ist ja voll winzig. So. Wieso sagt ihr denn nichts? Ich müsste doch was sagen. No. No! Will ich nicht. Junge im Rock tragen. Lange Haare. Ey, Billy, ich muss nicht lesen, ne? Du kennst dich raus. Ich versuche so ein bisschen zu überfliegen. Aber ich werde jetzt hier nicht alles durchlesen. Die Musik ist aber echt geil, muss ich sagen. Die Musik knallt. Ja, die stellen sich jetzt nur alle vor. Das war da für ein Typ. Hä? Was ist gerade passiert? Boah, die Musik ist ja übel satisfying, Alter. Alter, ist die Musik geil. Zug wurde entgleist. Ah. Alter, ist die Musik geil. Captain of cheer and pep. And all things bubbly and bright. Yes. Yes. Oh, ich kann laufen. Okay. Ich kann anscheinend noch nicht schnell laufen. Alter, die Musik haut ja so geil rein. Pokéball gefunden. Einfach direkt den Pokéball gefunden. Der Findalu. Opalward. Die Musik ist nicht so geil, oder? Trainers only. Mit der Alt-Taste kann das Spiel etwas beschleunigen. Ich spiele mit Controller, mein Freund. Ich habe keine Möglichkeit, um schneller zu machen. Aber ich will es auch nicht schneller machen. Alter. Ich brauche eine Ultra-Abstimmung. Welches Pokémon nehmen wir? Alter, es gibt sogar... Es gibt sogar Litten. Fennekin. Alter. Wen nehmen wir? Wen nehmen wir? Boah, ich hätte schon Bock auf... Gibt es hier Mega-Entwicklung? Es gibt hier Mega-Entwicklung, ne? Wir müssen also entweder... Ist schon... Die Entscheidung ist schon gelaufen. Weil wir müssen eins nehmen mit einer Mega-Entwicklung. Wir müssen eins nehmen mit einer Mega-Entwicklung. Und Mega-Entwickeln kann sich nur erste und dritte Generation. Leider. Wobei ich Fuegro schon übel feiern würde. Das war's mit der ersten Folge. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Genau. Ja, die Edition war eh scheiße. Ja, ich würde echt fast sagen... Das ist ein PC-Mod. Das ist der Eldenring-DLC. Glomanda. Aber Glomanda ist doch... Zumpex ist von der Kombi sehr geil. Hat im Prinzip nur eine echte Schwäche. Das ist Gras. Und er hat eine Mega-Entwicklung. Ich nehm... Komm, ich nehm... Komm, scheiß da drauf. Nickname. Das war eine ernst gemeinte Frage. Hast du nicht aufgepasst? Klopska hat nicht aufgepasst. Ach, der hat sein Kind ins Bett gebracht. Ne, stimmt. Das ist Pokémon Reborn. Wurde eigentlich schon die Kategorie und so geändert? Das ist Pokémon Reborn. Pokéball fliegt und siegt fühle ich. Fühle ich. Hallo. Hallo. Oh, komm. Oh, Kampf. Gegen Kain. Hallo. Wenn die Mods mehr machen als der Streamer. Ich liebe es. Fight. Hallo. Der hat schon Water Gun. Let's go. Ich bin verblüfft, dass sie das mit dem RPG-Maker hingekriegt haben. Level 6. Let's go. Ey, hier sind viel zu viele NPCs, Alter. Los, Koppel, vernichte ihn. Der Kampf ist schon vorbei, mein Jutser. Oh, Doppelkampf. 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 Ah, schade. Wieder ein Kampf. Let's go gegen Viktoria. Viktoria ist auch so ein nicer Name. Oh, Litten. Das tut mir leid. Die Wasser, äh, die Aqua-Knarre, die tut weh. Aua. Sehr effektiv. Kann man das einfach so runterladen? Ja, kann man. Nein? Das kostet 20 Euro im, äh, Google Shop. Pokémon Reborn. Kannst du einfach den Belia vielleicht mal auf Discord schreiben. Der hat mir das Auge geschickt. Keine Ahnung, was wir hier machen. Aber die Story ist, wir sind auch vom Zug entgleist. Und jetzt sind wir ganz tolle Menschen, die mir einfach ein Pokémon schenken und gegen mich kämpfen wollen. Skoppel war zu stark. Fünf Poké-Bälle bekommen. Let's go. So, und jetzt, Oha, ich kann rennen. Ich renne. Hui. Mann, ich bin ganz schön schnell. Nächster Kampf. Jungo's. Der heißt normalerweise Mangunyo oder so. Wingunyo? Angunyo? Irgendwas für ein Grundyo. Besiegt. Level 8. Let's go. Was gibt's hier so für Pokémon? Jetzt bin ich mal gespannt. Ein Mauti. Überleveln bloß nicht dein Pokémon. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Hä? Wie komme ich hier raus? Es gibt, müsst ihr euch mal überlegen. Es gibt Bonbons, die das Level deiner Pokémon reduziert. Krass. 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 Ey, ich bin doch Trainer. Ah, Kampf. Gegen Hotshot Eric. Ach, Bivica. Die machen wir weg. Auf welchem Level darf ich denn sein beim ersten, ähm, Orden? Oha, das sieht, oh gar, das sieht aber komisch aus. Was ist das denn? Hä? Oder meine ich das nur? Der sieht nicht komisch aus? Naja. Trainer. Drück mal Start. Mach ich gleich. Klo dead. Mauti. Alola, Mauti. Alola gibt es hier auch. Geil. So, ich drück mal Start. Ich save mal. Map, Jukebox. Online. Dann auf Sweet Lou. Pokedex 1 von 6. Ah, da unten stehen die Level. Alter, das letzte 95. Also bis 20. Also bis 20 darf ich beim ersten sein. Bis Level 10, ja, bis Level 20 sogar für den ersten Orden. Ich habe keinen Plan, wo ich lang muss. Alle wollen hier kämpfen. Ich müsste mal zum, äh, Poké Center. Wo ist denn das? Das ist das, wo ich eben drin war, hier. Bist du aus dem Poké Center? Kannst du mich heilen? Komm, ich brauche mal ein Poké Center. Ich brauche ein Poké Center. Da links war sie. Scheiße. Ich glaube, ich verliere. Ah, der ist Wasser. Boah, ich dachte schon daneben. Da links war sie. Ich gehe nochmal hin. Rehe? Nein! Bitte, ich habe einen Trank. Nein! Ach, du Scheiße. Ja, ich bin tot. Ach, man kann... Ach, hier ist das Poké Center. Fuck. Ich bin einfach vorbeigelaufen. Man kann aus einem Trainerkampf fliehen. Das ist ja cool. Den besiege ich jetzt einfach nochmal. Also, den bekämpfe ich nochmal. Aber die Musik knallt richtig rein. Alter, das tat so weh. 16. Äh, wo muss ich überhaupt lang? Ich gehe mich nochmal heilen. Erkunde erst mal. Okay. Ich erkunde mal ein bisschen. Also Leute, wenn ihr das selber mal spielen wollt. Einfach... Äh, ist kostenlos. Könnt ihr kostenlos runterladen. Pokémon Reborn. Also, die Musik ist schon mal sehr gut. Also, die Musik ist schon mal sehr gut. Boah, die Musik knallt so geil rein hier. Das ist so eine geile Musik. Ich will nur hier in dieser Stadt bleiben. Das ist so richtig oldschool Super Nintendo Vibes. Den Link posten kannst du gerne machen. Den brauche ich dann auch fürs YouTube Video. Dann packe ich den unten drunter und in die Videobeschreibung. Also, falls das jemand spielen will, da ist der Link. Alter, ich wiederhole mich, ne? Aber die Musik ist so geil. Da mache ich auch mal einen lauter. Das ist ja noch ein Pokécenter. So hartes Gameboy-Feeling, ja man. Aber die Musik gibt mir voll Super Nintendo-Vibes. Was ist da? Also, was ist da? Da ist was aufgeploppt. Was ist das? Das Zeichen. Weil ich daneben geschlagen habe. Zeig deine Werte an. Ah. Gut. Gut, gut. Da ist ein Skoppel. Ein wildes Skoppel auf ihn. Ich schreibe mir bitte in den Kommentaren. Ob ihr die Musik auch so geil findet. Die ist scheiße, die Musik. Die mag ich gar nicht hier in Opalwart. Also, die ist nicht scheiße, aber die ist tausendmal beschissener als... Hä? Ah, ein Kampf. Als das von der anderen Stadt da. Trubbish. Geil. Ein Critical. Oh ne, nicht Poison. Foresight, nö. Foresight ist Gesichter, Leute. Ich brauche erstmal Gegengift. Oh, geiler Effekt. Ist cool. Wie super ihr Skoppel findet. He, 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 he. Hä? Okay, Billy, ja. Ich brauche Hilfe. Wo, 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 wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Brauchst du ein zweites Pokémon? Alles klar. Das einzige hohe Gras, was es gibt, ist hier. Hatte ich ja eben fast einen Mauti. Nee, Beliza will keiner. Niemand will einen Beliza. Tratz, fratz, fratz, fäll auch keiner. Nee. Nee. Oh Patrat Will ich auch nicht Ach komm schon Gibt es hier irgendwas geiles? Billia Eben war Mauzi da Nee Auch nicht woanders Geh links weiter Ja rechts die Schilder lang mache ich komm Skoppel, zieh zieh Skoppel geil neee die Musiiiik oooohh zum lück hat der keine Pflanzenattacke oh neiiiin wie knapp habe ich bis zu überlebt ein hp wo erst mal ein pokémon center warte hier links war doch eins da die schwarzen stellen an den häuser gassen sind da kannst du auch rein da ist ein pokémon giftbox geschenkbox seh hier keine schwarzen stellen bei den häusern underground railnet hier komme ich nicht weiter suche hier mal nach pokémon hier unter der brücke hier unter der brücke im untergrund weiter rein underground ah pokémon ne das will ich nicht stunky kannst du behalten oh das nehme ich alter wie geil ist das denn fm her damit bam das stinkt hier das will kein schwein ich will das stinkt hier nicht einfach ein drachen pokémon nicken name let's go ich habe zwei pokémon hey das erinnert mich übel an den soundtrack von donkey kong country 3 hier ist nicht der doppelkampf bin in drache ja man super sonic let's go na klar trifft das nicht ich werde immer getroffen hm na klar jetzt ja das ist typisch pokémon der wurde nicht einmal selber verletzt attacken animation ausgestellt eigentlich nicht ich gucke gleich nochmal attack äh attack animation battle der hier battle scene on wir sind on ach hier geht's mal weiter battle scene ne on so wo war jetzt wo ist Wo war jetzt dieser Doppelkampf? Bei dem Zickzacks? Oh man, diese Scheißmusik. Hier geht es ja nicht weiter. Ist ja Treppe. Genau. Ah, Doppelkampf. Let's go. Hotshot Jackson. For Mantis. Belia schon Level 5. Absorber. Wieso kannst du Absorber? Lul? Na klar, daneben. Bam, getroffen. Wieder nicht, der ist verletzt. Boah, das letzte Mal, dass ich Supersonic benutzt habe. Belia Level 6. Let's go. Und Skopel auf 13. Skopel carried. Ist er jetzt bei mir drin, in der Party? Kann ich ihn ablegen? Ich will den nicht. Den will doch niemand. Kann ich ihn ablegen? Hat der Mitnahme? Ne, Quick Feet. Kann ich ablegen, ne? Ich muss sagen, die Sprites sehen ultra gut aus. Sehr, sehr gut. Bin echt beeindruckt. Nein! Ich will nicht meine Party. War nicht so gemeint, Belia. Ja. 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 Wow, das ist natürlich sehr gut mit Name. Wenn die direkt im Beutel kommen. Hier jetzt lang? Wo muss ich jetzt lang? Komm ich jetzt hier an der Polizei vorbei? Weiter links. Ah ja, stimmt. Okay. Ey, die Musik ist so chillig. Ist unglaublich. Und wie ist es eigentlich? Wie kommt es so schnell? nicht schaden. Was hat das für ein Wesen, keine Ahnung. Was hat das für ein Wesen, keine Ahnung. Alter, die Musik. Doppelt hält besser. Viele Kämpfe schon am Anfang. Da machen wir mehr Schaden. Hi Clasher. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? So, Pokémon. Attacke, Defense, Spezialattacke, Spezialverteidigung, Speed. Ah, du kannst jetzt direkt die EV sehen, oder was? Oder was ist das? Der auf Spezialattacke ist natürlich asozial, ne? Und der auf Attacke ist gut. Oh, der hat ein gutes Wesen. Der hat ein hartes Wesen. Was ist das denn? Voll gut. Hartes Wesen für FM? Sehr gut. Hartes Wesen auf dem ist sehr gut. Ja, das Wesen ist eher scheiße. Alter, das ist ja so riesig. Moin. Man kann später das Wesen ändern. Links EVs, rechts DVs. Oh, Magd. Boah, nicht. Boah, ist viel zu lesen. Kampf gegen Fern. Level 13. Ich kacke ab. Oh, was war das denn, Belir? Ich glaube, wir sind tot. Mega Drain. Alter, der hat mich ja komplett nass gemacht. Trainiere erstmal noch. Ja, geht ja nicht. Ich darf ja nicht zu viel trainieren. Ist auf jeden Fall schwieriger. Bei Pokémon normal läufst du einfach so durch, ne? Wir speichern hier mal. Save. Und dann würde ich sagen, war es das für die erste Folge. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Gerne ein Like auf dem Video lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein! Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's.